Heyho! Heute wieder mit einem neuen Let's Play mit Unbrand und heute mal wieder etwas ganz anderes, weil das haben wir sonst noch nie gemacht, aber es haben sich viel gewünscht und zwar Adventure Map. Die Map wird natürlich auch in der Beschreibung hineingepackt, aber das spezielle bei uns jetzt ist, dass wir einen ganz speziellen Gast bei uns haben und so einen Simon. Hallo! Und aufgenommen von David seiner Perspektive, ich spiel natürlich auch mit. Gehen wir es an, oder? Ja. Warte, ich muss mir noch eine Ausrüstung holen. Ja, okay. Ich geb dabei meine Ausrüstung noch nicht dazu, weil ich hab ja meinen supergeilen Skin. Japan, euren Skin! Woooo! Ja. Darkman! Genau. Ja, starten wir mal über Level 1, oder? Ja, Level 1. Das ist jetzt noch nicht zu viel Spaß, ey. Warte, warte, warte. Geh wurscht, oder? Wuh, es war schade. 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 Ja, normalerweise sollten wir so nicht runterfliehen. Normalerweise? Schaut es mich nicht so an! Wuh, es war schade. Das ist schlecht. Haha, fuck. Warte mal. Ähm, bitte denkt euch nix. Also das ist ganz normal. Das willst du nicht zum Vorzeigen machen, wie man es nicht machen soll. Sehr ganz klar. Super! Ja, sehr gut. Das war Level 1. Jetzt kommt Level 2. Was? Boah, das war nicht so schlimm. Jetzt einfach mal. Oh, fuck. Das ist so gut. Oh, okay. Oh, das ist so... Oh, das ist schlecht. Haha. Ihr fliegt's, wenn man dumm hört. Ja, weil wir schon geschafft haben. Dann haben wir die genau im Bild, weißt du? Ja, genau. Ja, das hat's auch geschafft. So, da, da geht's halt auch. So, jetzt ist ein wenig schwerer, gell. Ob da oder nicht, Sprint, Jump, gell. Wenn man gut ist. Aber wir sind ja nicht gut. Nein, 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 nein. Ich will jetzt versagen ja das erste Mal. Ich hab nichts von der Welt ab... Nein, das ist super. Stefan, kommst du hin? Nein. Geh, geh, weiter. Nein, schau. Oh, David, kommst du hin? Da muss es mal rein. Äh, nicht da. Nein, ich... Was ist da jetzt? Da ist der Checkpoint. Nicht am Berg aufgehauen. Steht g'fahren? Nein! Boah, fack, guck mal da rein, du! Steh's wieder runter! Go to the Checkpoint. Ja! Nichts von der Umgebung abbauen, gell? Nein, genau. Da ist er. Boah, fack. Also das ist ja eigentlich nur leicht. Ja, ja. Geschafft. Sehr gut. Nein! Geh, komm, ich hab wieder ein Sprung. Boah, der lebt ein Sprung! Aufgeschlagen. Ey, fack, wir können ja auch kratzen. Du brauchst was zum Essen. Ja, ja, wenns du was mit Essen brauchst, sagst du, oder mehr. Warum? Man hat eh friedlich eingeschaltet. Da muss man eh nix, muss man eh nix brauchen. Was fällt das? Arsch! Stefan! Das dritte Level! Ich war beim letzten Block! Ah, noch, hey, hey! Ich bin echt zu viel, ich sag's euch! Ja, China! Ja! Ich bin da! So, Checkpoint! Gut. Gut. Und es sind überall auf der Karte versteckte Diamanten, gell? Das wisst's ja. Also überall nachschauen. Ja. Nein! Nein! Geh, Alter! Stefan, komm! Warte! Das mach! Das ist peinlich! Jo, äh, cheaten! Da war noch lecker! Stefan! Zurück! Fuck! Ich kann nicht mehr rein! Ich hab's rein! Ich hab was zum Essen! Ja! Ja! Der Stefan fliegt einfach! Ich fliegt doch nicht! Nein! Na komm! Äh, nicht cheaten, gell? Mit der? Ja, ich weiß aber! Der Stefan nicht cheaten, komm! Na! Der Stefan mit deinem Multi-Jumpt, oder? Ey, komm! Weit! Level 4 ist einfach! Nicht, dass du nicht rein kannst, oder es tut das! Sack, falsche Gehmot! Ah! Stiche Fragen! Hast du es vielleicht schon wieder geschafft heute? Ja, wirklich! Oh! Ah! Super! Ja, Stefan! Haha, der lustig war! Ey, Bits! Warum lus' ich gerade auch, hä? Nein, er macht dich sehr souverän! Okay! Ich hoffe, ich bin zu souverän! Ja! Ja, Stefan! Ich will den Song bei Minecraften echt! Ja! Geht damit! Komm, ich kann das nicht machen! Oh! Okay, das war jetzt peinlich! Hey! Ich bin ja der Minecraft-Spieler! Ich tue nur gern bauen! Hör! Oh! F*** dich! Hör! Alter! Guck! Ich glaube ich! Ja, geh. Komm, komm, komm! Ja! So, leg es ... Dann hast du die Key, wenn ich schaue, ok! Ja, genau! Beleg es doch her, dass du den ersten Sprung schaust! Weil du mal fantastisch bist! Hey komm! Komm schon! So, das ist... Was, Jo? Ist ja gar nix! Ja, ich auch... Du schaffst den ersten Sprung! Mit Shift kannst du fest werden, gell? Das war's dir. Das war's dir, Kleine! Das nicht drüber reinstehen. Du kluckst einfach Schiff, dann kannst du Platz auf der Kante bieten. Oh, nicht einfach den Sprung. Du musst schon block sein. Weil, hey, guck, ich hab die Level alle schon mal vorher geschafft. Ja, mit Flirgen kann man es eigentlich. Geht's Stefan. Ja, komm, komm, komm. Na, ich komm runter, okay? Warte, ich setz dich auf den. Warte, ich geh runter. Jetzt kannst du auch... Mach einfach Slash Game Mode 1, dann kannst du auch mal... Ja, ja. Danke. Es ist das dritte Level, du, das ist halt eigentlich nicht... Das vierte. So, na, okay, dann schluss. Aber, ich mach das Ganze ohne Schiff, dass du das mächtigen musst. Ja, dann mach's nicht. Na, ohne Schiff ist klar. Ich weiß, da brauchen wir auch ewig. Simon, hast du gleich noch weg geschafft, he? Oh, ja. Ja, ja. Jawoll. Jetzt ist einfach noch mal weiter, okay? Nein, wir warten schon zusammen, nur. Ja, aber... Okay, dann unterholt es euch ein wenig, okay? Ich schaff.